Ich kann euch nicht sagen, wie ich Schuhe hassen, du. Was sollen wir jetzt hier machen eigentlich? Okay, ich frag mal lieber nicht. Max? Das ist schön, dass wir jetzt eine Axt haben. Ich muss mal... Moment. So. Schuhe! Kerze? Schraubstock. Okay. Können wir jetzt hier irgendwas... Was ist das? Das ist eine Axt. Gekrümmte Klingel. Mit dir vielleicht... Ich bin keine... Ich könnte diese Klingel noch... Sch... beschädigen. Okay, ich versuche lieber etwas anderes. Natürlich. Er weiß doch nicht, wie man Schraubstock bedient. Was ist das hier? Knochenkopf. Ah, okay. Da ist noch was? Hier verweilt die Ewigkeit... Scheiße, jetzt konnte ich nicht so schnell lesen. Fuck. Steht das vielleicht im Buch? Wo war jetzt... Hier. Oh, wir haben ja so lange nicht mehr gelesen hier eigentlich. Jemand hat einen Schlüssel in diesem Feuer geworfen, das vor einiger Zeit entzündet wurde. Aber warum? Damit ich ihn nicht finde? Um etwas vor mir zu verbehren? Anna? Warst du das? Ich höre eine Frau hinter dieser Tür weinen. Ich muss einen Weg führen, sie zu öffnen. Ein Bild zeigt fünf Augen. Vielleicht bedeuten sie etwas. Auf jeden Fall werden die... Glaub mal, diese Mädchen ist Anna? Kann das sein? Ähm... Seltsame Felshofen und Mechanismen an der Wand. Nun bin ich sicher, dass dieses Haus Geheimnisse verbirgt. Es ist nicht mehr nur eine Ahnung. Ach, hier war... Hab ich das nicht gelesen, wa? Äh... Oh Gott. Okay. Ich bin die Erste und die Letzte. Ich bin die Verte und Verachtete. Ich bin die Ruhe und die Heilige. Ich bin die Ehefrau und die Jungfrau. Ich bin die Mutter und die Tochter. Ich bin die Arme meiner Mutter. Ich bin die Unfruchtbare, doch meine Kinder sind Legion. Ich bin die verheiratete Frau und die Unverheiratete. Ich bin die Gebärende und... Alter, das ist ja nie los! Diese Frucht ist verdammt. Ich kann sie nicht anziehen. Alter. Das ist... Das ist ja krass, ey. Okay, okay, okay. Aber jetzt... Das war nix. Das war absolut nix. Was haben wir hier? Was haben wir denn jetzt hier? Noch einen Griff. Nur so aus Neugier. Kann man hier... Guck mal her. Nicht. Irgendwas muss man doch machen können hier mit... ...den Schraubstock hier, ne? Guck mal her. Nicht. Waren, bitte? Nicht. Okay. Dann halt nicht. Hab ich hier irgendwas vergessen? Wieso legen die denn hier eigentlich Kerzen? Hm? Wer sagt? Where are you? Where are you? Wer spricht da? Hallo? Wer bist du? Wer bist du? Was ist das jetzt hier? Werkzeug... Öh. Kann ich mit dem Werkzeug... Das? Das? Nicht. Das haben wir schon probiert, ne? Ja. Was soll ich denn jetzt hier machen? Muss ich hier irgendwas machen? Oder eher nicht so? Vielleicht? Hm. Ist das eine Box, die auf ist? Äh. 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 Schuhe. Was? Ich bleib hier. Äh. Äh. Was war das denn? Was? Was war das denn? Das war eine Holzhand oder sowas, ne? Diese schwere Bank dient dazu, Holzblöcke zu zersägen. Diese Schwere Klinge war sehr präzise. Alter, was war denn das? Was war denn hinter uns? Oh, bleib hier! War ne gute Idee. Bleib lieber hier! Oh, die Nase juckt! Ich möchte wissen, was das war eigentlich. Hier in den Ofen können wir jetzt nichts mehr machen, ne? Was ist das? Nichts von Bedeutung. Das ist ein sehr schlechter Zustand. Vor allem... Was ist das denn? Taschentuch sieht aus wie so ein... Eher so ein Notiz, ne? Vor allem geschlossen. Können wir vielleicht? Mit der Axt dort einfach... Kasching, kasching? Nicht. Werksack? 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 Knochengriff und gekrümmte Klingel? Wissen wir, die Klingel erstmal wieder... Ich hab überhaupt keine Ahnung. Das müssen wir erstmal aufkriegen, ne? Kann ich hier was? Warum? Einschlagen. Nicht. Werksack? Nicht. Da kommt der Klingel. Nicht. Warte, warte, warte. Irgendwas muss ich machen, ich weiß nicht was, aber irgendwas muss ich machen. Ich muss irgendwas machen können. Werkzeug. Werkzeug mit Knochengriff. Äh, gekrümmte Klingel. Hm? Aber hier schlicht er an. Was ist denn das für ein Werkzeug eigentlich? Moment. Was ist denn ein anderer Dreh? Boah, ich bin kein Experte. Warte, was ist das für ein anderer Dreh? Hab ich irgendwas übersehen? Oh. Hey! Warte, sind ja oben. Wir müssen mal kurz... Wo ist denn die Taste jetzt hier vor Schreck? Das war das. Dann kamen die Zeichen. Ich bin einfach zusammengebrochen. Ich konnte nicht einmal dem Vorlesesaal betreten. Ich fand mich am Brunnen liegen wieder, dem Kopf zwischen den Händen umgeben, von einer Gruppe von Studenten. Studenten? Die fragten, ob es mir gut ginge. Die Stimme wurden zu Geräuschen und dann zu nichts. Ich erwachte im Krankenhaus. Den Ärzten zufolge war es kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall, kein Nervenzusammenbruch. Es war, als hätte ich mich selbst ausgeschaltet, aber ohne ins Koma zu fallen. Ich verbrachte drei Tage stationär dort. Doch die Tests ergaben nichts. Schließlich empfahlen die Ärzte einfach, dass ich mich etwas erholen und besser und nachhafter ernähren sollte. Als ich es bisher getan habe, die Hochschule hat zugestimmt und gab mir gleich fünf Wochen Urlaub an. Oh, das hätte ich auch mal. Anstatt der zwei, die meinen Arzt empfohlen hatte, gerade rechtzeitig zum Semesterende, meine Assistent kümmert sich um die Prüfungen. Die Bäume, eine alte Frau mit Wölfen spricht. Oh, jetzt sehe ich das nicht. Jetzt sehe ich das nicht. Jetzt sehe ich das nicht. Hm. 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 Vielleicht von mir war ich hier gerade noch raus. Hm. Hm. Das ist wie ein Toter. Das alte Serie, das ich auf dem Foto gesehen hatte, erschienen in meinen Träumen. Der ist doch kaum... Das was sollen wir hier machen? Oder müssen wir hier was machen? Nicht? Andere Optionen mal durchprobieren? Nicht. Flaschieren. Nicht. Geh also rein. Aber hier ist hier nichts mehr, ne? Haken? Bitte was? Einen Haken? Okay, den Haken. Wozu ist der Haken gut? Gut. Ein bisschen was... Schürzen. Gerade muss der Schraubstock da oben machen, ne? Sollten wir den Haken da jetzt rein... So? Hätte ja sein können... Hm... Aber sonst... Einfach nichts mehr, ne? Ich glaube den Haken sollten wir... ...an diese... ...diesen... ...Dinggedöns da mal ran machen. Hm... Wie ist das denn einfach? Hä? Da kloppt einer! Ich... Wieso kloppt denn da einer? Ah... Ah... Was soll jetzt das? Knochenkopf vielleicht? Oder einfach mal... ...das Rad drehen? Vielleicht kommt ja was hoch. Man weiß das ja nicht. Kommt vielleicht was hoch? Das ist mal unten. Also der Haken war schon mal richtig. Wie ist das ehrlich gesagt? Und hier drin? Da komme ich nicht rein. Hä? Den Haken habe ich jetzt da angebracht? Aber was... Was soll ich jetzt noch machen? Der kann ich hier nicht kaputt machen. Kann ich mit dem Werkzeug hier reinigen tun? Werkzeug? Widerstandsfähig. Ich brauche älteres Ding aus, um den... Knochengriff. Auch nicht. Warum schlicht er das nicht? Wozu haben wir denn die Axt hier? Axt mit dit? Was mit dit? Hm. Nicht. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Boah. Muss ich hier jetzt was machen? Weil drinnen haben wir jetzt so alles schon... Zerbrochener Tisch. Sehr schönes schlechten Zustand. Zum Glück muss ich nicht zum Essen bleiben. Zerbrochener... Zerbrochener Tisch. Hallo? Schublade? Warte mal. Kann man damit vielleicht... Ich küsse ja die, was das führt. Ich küsse ja die, was das führt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was ist das denn jetzt schon wieder? Halt. Wo ist das Kiste? Was hab ich denn jetzt alles hier drinnen? Ich küsse ja die. Nein. Kann ich den Ahrenblatt... 4 und 3 nicht? Nicht. Stapel zusammengebundener Blätter. Jetzt hab ich aber ne Holzkiste. Hm. Hm. Die heult immer noch. Die guckt mir jetzt mal richtig um. Ist kaputt. Alles kaputt hier. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputter Ofen. Warte. 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 Nicht so ein... Lärm. Jojo. Ich geh jetzt noch mal da rein. Vielleicht kann man jetzt was machen? Hier haben wir ja alles raus, ne? Oh, das... Warte sind nur... Kann ich jetzt zum Beispiel... den... Klotz da rein machen? Was? Was? Fick nicht. Stapel zusammengebundene Blätter. Hm. Jo. So. Wenn ich hier nix machen kann. Vielleicht muss ich die gebundenen Blätter am Haken bringen. Hm. Weiß ich nicht. Hm. Wo? Der Haken ist ja da. Na ja. Probier mal einfach mal. Haken? Nicht. Poilette? Nicht. Wechsel? Auch nicht. Wollst du überhaupt was haben? Okay. Okay. Momentan... ... in den... ... Schlachtraum... ... aber hier werden daran... ... Holzschuhe angefertigt... ... angehängt. Wo kommt denn diese Klopfe her? Was war das denn jetzt? Hä? Hallo? Ich weiß jetzt hier hoffentlich nicht, was ich machen soll. Oh ne... ... Das vielleicht? Ich höre gerade nur noch rum. Aber was war denn? Was soll ich denn sein denn? Sagt mir doch irgendwo irgendwas aus. Weiter, weiter, wo liegt denn? Was war das für ein Zeichen eigentlich? Was ist doch hier irgendwas? Was war das für Sieger und ihre Verwendung? Was war das für Sieger und ihre Verwendung? Moment. Hey, was war denn das jetzt? Mit der Tür kann ich ja auch nix machen. Was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Hey, Schublade, Mann. Gehen wir zu. Okay, irgendwas vergessen? Ich bin gerade ein bisschen... Ich muss doch hier was machen können, eigentlich. Kann ich hier einen Schuh mitnehmen? Hier, 100.000 Schuhe, aber ich kann nix nicht mitnehmen. Am Schraubstock macht da auch nichts. Und grabbeln kann ich die Kiste hier oben. Das ist ja wunderschön. Aber hier... Was ist denn das für eine Holzkäste, die ich... Hier macht da ja auch nix. Auf und zu schon macht er. Aber sonst... Auch nix. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier... Machen soll. Hm. Das war draußen jetzt? Muss man ja nochmal raus, oder? Ich weiß es auch nicht. Alter. Macht doch sowas nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie groß diese Holzkäste hier ist. Das geht auch nix. Hä? Okay, da braucht er was. Jetzt haben wir so viele Sachen eigentlich. Lampe? Nicht. Auch nix? Nicht. Vielleicht den Feuerzeug anmachen und in die Lampe rein? Oder können wir die Lampe... Da anhängen... Ist... Das... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was? Passiert jetzt was? Ach, muss ich bestimmt noch... Bestimmt... Mit dem Feuerzeug... Ah... Jetzt vielleicht mal da... Was? Wir sehen, was wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Ich sehe einen... Der kommt hier, ey. Oh, was ist das? Habe ich jetzt ehrlich gesagt, was ich noch machen soll? Hallo? Die Musik hat auch plötzlich aufgehört. Hm. Jetzt haben wir die Lampe, das war rein. Wie sind denn Lichtstrahl hier? Was ist die Lampe hier? Lichtstrahl verschwindet. Das ist unten irgendwas, ne? Oder soll ich im Wasser springen? Ich weiß das gar nicht. Das Licht scheint recht schwach zu sein. Und irgendwas blockiert ist. Kann doch da jetzt hier rein springen. Hä? Holzkiste? Das? Was? Hm. Soll ich da rein springen? Nee. Befolgt das machen, falls wir da rein springen können. Speichern. Ganz wichtig. Ja. So. Kann man da rein springen? Ich kann doch nichts machen. Ich kann nichts machen. Ist jetzt hier was anderes? Hm. Scheint nicht so. Schublade. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Hm. Vielleicht hier irgendwas mit der... Was muss doch hier zu tun sein? Es funktioniert nichts. Nur mal so zum testen. Ob wir überhaupt rauskommen. Jetzt haben wir die Lampe da neben mir drin. Und blablabla alles. Was? Hallo? Also raus kommen wir schon mal nicht mehr. Hm. Hm. Das muss doch irgendwas zu tun haben mit den Lichtern hier. Hm. Das sind auch überall Steine. Ah je. Hm. Kann ich hier vielleicht was machen? Ich probier mal was. Einfach mal hier Holzküsse reinschmeißen. Was? Das war jetzt bloß... Ui. Jetzt will ich nicht mehr. Drei. Das war jetzt mal. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. ANN ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk